machen ja mach ja leute was geht herzlich willkommen zu zivaro 5 mit dem eis läuse ja und das ist meine folge aber ich bin sauer wie die man aber die haus echt gut pro iphone glaube ich brauche fünf lab ist oder so die es mir mit braucht man aber eher weniger ich glaube ich mache mir einfach gleich eine chest oder so mit denn die jetzt mal grüße von mir dann war das hoch der wieder nicht machen Das wäre ein schlechter Tread, ich würde die einfach scammen Jetzt möchte ich mir noch eine neue Piggy craften Ich höre ja nur deine scheiß Musik, Digga Scheiß Musik nennt er das, bleide ich seine Musik, nein Ja halt dieses, keine Ahnung, Pokémon Was für Pokémon, Digga Ja, diese R&V Lieder, Digga, von Pokémon XYZ Das sind diese Lieder, Digga Ah, kann ich nicht mehr schaden, geil Da war ja was Der ist halt erst neu rausgekommen, aber okay, Bro War am neuesten Album, The Seven Sun Keine Ahnung, wie die alle heißen, Digga Die alle Bin ja nicht so Opium wie du, tut mir leid Keine Ahnung Ich weiß es nicht, halt, ich fresse Bro, bitte, ich brauch nur Label, ne, ich kann mir das zu helfen, bis ich den Kale finde Digga, fünf Label, ne, ich kann mir das zu helfen, wenn ich bis, ach man Ich will nur full PSB auf einer Rüstung, man Ist das denn zu viel, es ist zu viel verlangt, ne, es ist viel zu viel verlangt Für die eigenen Rüstung später mal Ich sag, ich werde eigenen Rüstung brauchen, ne Jetzt geht's los Füllchen Bro, es kann doch nicht sein Ne, ich bekomme steifend, Digga, was soll das? es ist so schwer labes zu finden auf einmal ich hätte drei steaks und alles mir da verbraten redstone redstone brauche ich nicht das ist wieder cola sie ruhe brauche ich nicht nicht nieder das ist mal wesentlich kein dünnschütz mehr gehabt seit einer stunde oder so und hat mir gekotzt seit heute morgen die ddrp mit jesus in mein arschloch du hurensohn gibt doch ja das wird nichts mehr aussehen das wird nichts mehr ich muss auch schießen tatsächlich ich habe noch gold dankeschön ich hoffe dir ist bald besser ich hoffe dir geht es auch was das so danke das wird nichts mehr probiert doch mal zu join das ist doch bei dem cdo ich glaube es liegt nicht in einem stil ich probiere es trotzdem mal deswegen erscheint ja auch dass ich wieder auf dem server bin ich bin jetzt genau im gleichen status wie du so ich höre kölf ich höre zumbies ich brauche doch nur eine labesquelle so rieta 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 Ah, geil, Lava gedippt, abgefarmte Kiff. Ja, hüppelt. Ich verlaufe jetzt auf den Mikrofon den Arsch gebuttert. Ich verlaufe jetzt auf den Mikrofon den Arsch gelegt. Ich habe nur einen Lava. Ich muss mir einen Lava einmal mitnehmen. Jujan Varo 1 von Fishy Toggles. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zuckerrohr sie jetzt schon haben. Äh, French. Ich kann dir jetzt sagen, ohne dass ich die Folge kenne. Ja, 64 Zuckerrohr. Ja. Habe ich irgendwie mir gedacht. Ich weiß nicht. Ey, also, kurz eine Sache. Können wir so irgendwie Folge 4, 5, 5, 6 oder so vor dem Portal campen, wenn die auf dem Server sind? Ja, können wir das nicht machen. Ich weiß ja, ich kann dir auch fragen, was die machen. So ist ja nicht. Ich chill ja mit denen jeden Tag. Der wird ja jetzt save, pull die Farm und dann never game. Ja, ist halt ein Fisch getuggelt. Natürlich. Ey! Ja, mach mir wirklich. Mit full P4. Also mit ein Viertel P4. Ja. Bro, jetzt wäre noch genug Zeit. Jetzt, es wäre noch gerade so genug Zeit. Dass es immer noch kein Lava ist. Nein! Ich habe jetzt seit 10 Minuten in die eine Richtung. Ja, das liegt auf dem Server, denke ich. Ich bin so sauer. Ich bin sauer wegen meiner Gefahr. Hast du jetzt verlaufen? Ein Watt, das ist die Sport. Nee, das ist zu viel. Könnt ihr jetzt verlaufen, bitte? Ja! Nee! Da war Gold. Wirklich? Gold ist ungefähr die Ressource, die ich brauche mit 28 Gaps. Meine Rüstung wird so vor den Gaps einfach zu Gründe gehen. Bitte. Digga, wenn hier kein Lava ist, ist das, ne? Creeper. Spille. Lava. Wasser. Spille. Zwei Creeper. Nein. Das kann nicht sein. Na Gott. Alter, Mann. Nee, es soll halt einfach nicht sein, ne? Es soll nicht sein. Wenn du jetzt in der Folge kein Lava trifft, musst du es haben. Nein. Eine Quelle. Viel Lava ist, das kann reichen. Let me cook, let me cook. Was brauchst du denn? Ein Prodbuch, ein einziges Mach dir so aus, wenn es nicht reicht Ein Hurensohn, ein Merch, ein Prod kostet dann zwei oder so Nein Zwei Lapis, zwei Lapis, zwei Lapis, zwei Lapis Drei Minuten, drei Minuten Ja egal, ich kann im Finale ja wenigstens die Level noch dazu zusammenkratzen Ich brauche jetzt einfach nur dieses Lapis Wie viele Fragen hast du noch? Die letzte Die letzte? Ja Darfst du im Finale da noch farben oder? Ne, nicht unter der Erde Jaa, hallo Wakba Hallo Wakba Digga, find jetzt was schnell hopp Nein, ich... Jetzt zerrehe hinten nochmal auf den Zombie, okay Digga Sorry, wenn man Auto-Klicke Das war dumm, das war... Ich fick mich, ne? Ich fick mich Jaa Das war vorbei, Digga Das war dumm Nummer zwei hat ich Dura verloren, let's go Digga Das hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall Was ist das? Naja, ich hab dafür... Äh, ich hab zwei... Ich hab zwei Holz mehr Jetzt kann ich dir erzählen, wie sehr ich einfach nur zwei Lapis brauche, ne? Die Level bekomme ich ja safe im Finale noch zusammen Da waren sie Skoll Da war ich schon, dreimal, ne? Jaa Jaa Jaa, warst du auch schon? Geh vielleicht nochmal dort nach oben halt Hier Jaa, oder warst du da auch schon? Ich war hier schon Digga Haha Jaa Er explodiert auch in einem Radius von 500 mhm Jaa, das ist vorbei halt Let's try Noch nie so viel Anlag in Varo gehabt, glaub ich Ich muss nur Team-Tress looten Dann im Finale Und hoffe, dass da Lapis drin ist Oder einfach jemand töten, nur für Lapis Nee, ist nämlich hier schon mal mein... Jaa, tschüss, ich hasse mein Leben Jaa, tschüss like-tschüss Wie man Ich zäte in den klar Jaa, tschüss Und du dich